Hallihallo und herzlich willkommen bei Dragos News. Ja, ich habe jetzt zwei Wochen ein bisschen Pause gemacht, weil ich umgezogen bin und schlechtes Internet hier habe. Aber es ist eine Arbeit, dann habe ich wieder besseres Internet und ja, dann mache ich weiter. Ich mache jetzt schon ein paar Videos, nicht so oft Videos, aber dafür mehr zeigen als irgendwas reden und so. Ja, und ja, mal schauen, was da so passiert. Es geht heute alles ein bisschen langsam. Neue Personen habe ich getroffen und alles Mögliche. Also, ja, also die Projekte gehen weiter und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!